Ja, jetzt kommt da noch ein bisschen heikles Thema. Wollen Sie wirklich wissen, warum ich jetzt ausziehe oder wollen Sie das nicht wissen? Also, wenn Sie es mir erzählen möchten, gerne, dann interessiert es mich schon, aber ich würde jetzt auch nicht, wenn Sie sagen, dass es Ihre Privatzeit ist, dann hätte ich auch kein Problem, wenn Sie es nicht sagen wollen. Das Problem ist, die geben mir nur eine Woche Zeit, das heisst, ich muss bis nächste Woche Freitag drin sein. Ich meine, ich muss Ihnen das nicht sagen, aber ich denke, vielleicht ist es nicht schlecht, das zu sagen, warum ich jetzt nicht dann doch für eine Weile nicht da sein kann. In Ihrem Alter sollten Sie zusehen, dass Sie so schnell wie möglich antreten, damit Sie es auch irgendwann wieder hinter sich haben und nochmal auf dem Lebensabend draußen sind. Das ist zwar nicht zu glauben, das hört sich sehr abenteuerlich an, aber es ist leider wahr. Ich muss ins Gefängnis. Ich muss ins Gefängnis. Das ist ein anderes auf dem Lebensabend draußen, der bei dieser Ausgung genutzt wird, wenn man auch schon mal durchgefährd, wenn man sich überprüft will, mit der Zeit in der Zeit an, dass Sie sich überprüft werden, mit der Zeit in der Zeit anwenden woanders stellen, mit der Zeit nicht bei einer Ausgung und einer Ausgung und einer Ausgung und einer Ausgung, aber ich kann das nicht auf der Zeit anwenden woanders erstellen. Und wenn man jetzt wirklich so schnell wie möglich antreten, Vielen Dank.